hey und willkommen zu einem neuen video der spielzeugtruhe schön dass ihr wieder eingeschaltet habt wir wollen uns heute wieder was von playmobil country angucken und zwar ist auch aus der forsthaus serie der holzfäller mit traktor den sehen wir hier vorne auch schon drauf der ist hier am bäume fällen mit seinem förster kollege in dem set dabei ist hier vorne der traktor mit dem anhänger hier liegt jetzt werkzeug drauf da können aber auch die baumstämme mit abtransportiert werden außerdem ist hier hinten noch an tieren so eine kleine waschwerfamilie dabei und zwei eichhörnchen hier hinten haben wir dann noch ein unterstand wo das holz wenn es klein gehackt ist dann zum trocknen gelagert werden kann und hier vorne noch so zwei böcke wo das holz eben so schon im wald drauf gelagert werden kann damit es nicht auf dem nassen waldboden liegt und schon ein bisschen vortrocknen kann das besondere an dem set ist einmal der traktor der hat eben hier vorne extra so ein greifarm um holzstämme aufzunehmen und die dann auf sein anhänger zu laden und das andere besondere ist der baumstamm den kann man nämlich unten echt absägen das gucken uns gerade mal hier oben drauf an der kann hier oben wenn er abgehackt wird kann man den echt zur seite weg brechen lassen und den dann mit dem traktor aufladen und ansonsten die anhängerkupplung hier die kennen wir schon die ist genauso wie bei den anderen landwirtschaftsfahrzeugen von playmobil auch das heißt wir können auch an den traktor hier andere anhänger dranhängen oder den anhänger an andere traktoren das geht also auch dann schauen wir mal noch auf die rückseite da sind eigentlich genau die sachen jetzt noch mal abgebildet die ich gerade eben auch schon genannt habe dass eben der traktor mit dem anhänger dabei ist jede menge baumstämme zum aufladen der fällbare baum das ganze werkzeug dass wir gerade eben hinten schon in dem anhänger drin gesehen haben der holz unterstand jede menge ist schon klein gehacktes holz dass man hier auf den block mit aufsetzen kann und unser förster mit dem holzfeller dann packen wir das set mal aus ich baue es auf und dann schauen wir es uns gleich noch mal aufgebaut zusammen an als erstes gucken wir uns mal den traktor an der hat hier vorne diese schaufel dran die wir schon gesehen haben die kann man hier in so verschiedenen stufen einstellen und wenn man das hier vorne einmal zugemacht hat dann bleibt es auch zu also das rastet hier schön ein und ja in der höhe lässt sich auch super verstellen das heißt man kann das bis ganz auf den boden fahren um was aufzunehmen das geht wunderbar und ansonsten ist ein kleinerer traktor halt aber der ist ja auch im wald wahrscheinlich ganz gut weil er dadurch halt relativ wendig ist und mit dem anhänger da habe ich jetzt mal schon gehacktes holz rein getan können wir mal hinten hinfahren und den einfach ausladen das geht auch prima kann man einfach aufmachen und dann das ganze nach hinten weg kippen wunderbar jetzt habe ich hinten die waschbären erwischt das wollte ich eigentlich nicht erstmal wieder weg dann länger hat er noch so einen kleinen ständer dran das heißt den kann man ausfahren und kann den anhänger dann abkuppeln und dann bleibt er auch von selbst stehen das finde ich ganz cool dann kann der beladen werden das heißt der traktor kann hier arbeiten kann die vorne stamm aufnehmen der anhänger bleibt stehen der traktor kann hinfahren und kann den stamm dann auch aufladen ohne dass der anhänger irgendwie umfeld zack schon ist ein stamm eingeladen das war das eine coole was ich euch zeigen wollte und das andere seht ihr hinten ist der baum der es auch zu verschiedenen teilen zusammengesetzt und wenn jetzt hier der holzfäller dazu kommt dann kann er den baum zum beispiel hier von der seite um sägen also zum beispiel hier so dann kann der hier von der seite rein sägen und dann kann man den baum einfach zur seite umknicken und schon ist der baum gefällt das geht also echt ganz cool damit und kann man jetzt hier oben dann noch den oberen teil absägen das ist jetzt zum beispiel der hauptteil der jetzt irgendwie verarbeitet werden soll kann hinlegen und dann kann der traktor auch kommen und den einladen ich habe den wald mal wieder ein bisschen aufgeräumt das waren eigentlich die hauptsachen die ich euch zeigen wollte wenn ihr noch mehr davon sehen wollt oder auch das set in verbindung mal noch mit dem holz transporter mit kran sehen wollt dann schreibt mir das gerne in die kommentare dann mache ich gerne auch noch ein video zu ansonsten hoffe ich euch hat das video gefallen wenn ja könnt ihr gerne daumen nach oben da lassen und ansonsten wünsche oder anregungen bitte immer gerne in die kommentare wir freuen uns über jeden kommentar ansonsten noch einen schönen tag und dann sehen wir uns im nächsten video wieder bis dann tschüss